Jetzt improvisierte ich. Wir hatten keinerlei Informationen, dass Schweiger zu uns gehörte. Das machte aus ihm einen potenziellen Helfer. Ich musste ihn finden. Nur ein Problem. Berlin war keine Geisterstadt mehr. Die Roten waren durch die deutschen Linien gebrochen und eine Panzereinheit war auf dem Weg dorthin, wo Schweiger gefangen gehalten wurde. Die Deutschen leisteten auf der Museumsinsel Widerstand und ich ließ sie gern verrotten. Aber ihnen zu helfen, den Vormarsch der Russen zu verlangsamen, war meine beste Chance, mir etwas Zeit zu verschaffen. Mein Plan war dreist, die Brücke mit einem Schuss vom Dach des Museums zu sprengen und die Panzer damit zum Anhalten zu zwingen. Dann könnte ich, während die Deutschen und die Russen es ausfechten, in die Stadt gehen und Schweiger holen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? 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 An? Was ist das? Was ist das? Und das? Was ist 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 das?